So, krasser Biss. Und dann gucken wir mal. Alter. Ich versuche mal so ein bisschen den Weg abzuschneiden. Dass er nicht hier in den Fluss reinschwimmt oder so. So einen Spöks wollen wir nicht. Ganz krass, wie die Belastung hart auf die, ich glaube das ist die Schnur. Muss ja eigentlich die Schnur sein. Man sieht die kleinen unter diesem Debug hier in der Mitte kaum zu erkennen, was es ist. Ob das das Vorfach ist oder die Schnur. Wahrscheinlich das Vorfach. Müsste ja das schwächste Glied jetzt in der Kette auch sein. Alter. Alter. Irgendwie habe ich trotz allem das Gefühl, dass der... Ja, vielleicht irgendwie... Also das Gefühl... Dass der vielleicht dicker ist als gestern. Ich weiß es noch nicht so genau. Ob das jetzt an den doppelten roten Balken da unten liegt und dreifachen roten Balken und vierfachen roten Balken... Aber... Irgendwie macht der gar nicht so Anstalten, als ob er jetzt Lust hätte aufzugeben. Ach guck mal, ich könnte die Route hier noch mehr belasten. Das ist doch dann gar nicht so schlecht. Das heißt, ich drücke die Route mehr hoch, jetzt geht die Last mehr auf die Route. Und ich glaube, wenn ich alles schön am Limit habe, habe ich den größten Effekt. Also Route so ein bisschen rechts hoch. Schön dagegen drücken. Jetzt muss ich mal ein bisschen mit dem Gas runter, dass er nicht so weit schnell fährt. Genau. Jetzt ist alles schön gleichmäßig in der Belastung. Das ist ein Frosch. Ja, Metalberg, das ist ein Frosch. Ein Führrosch. Maximale Belastung auf alles. Gleichzeitig. Auf Route, also Widerstand in der Route. Und Schnur und so weiter. So benimmt sie 198er. Kaul, Barsch. Ist so. Vor allem auf die Hakengröße. Falsches Game. Okay. Leute. Decapitator. On Fire. Ja, aber. Alter, wir hätten ein On Fire, ey. Ich bin neidisch. Ich will auch ein On Fire haben. Das gehört mir, Alter. Da ist was zu sehen. Da ist was zu sehen, Leute. Da ist schon was zu sehen. Da war irgendwie Schwanzflosse oder sowas zu sehen schon. Da unten, da unten, da unten, da unten. Man sieht nur ein bisschen Schatten. Genau in der Mitte hier. Seht ihr den Schatten? Da ist er. Alter. 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 Die Sau. Alter. 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 Jetzt gibt er Gas. Jetzt will er weg, ey. Schnell hinterherfahren. Bisschen davor fahren. Langsamer, langsamer. Bremsen, 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 bremsen. Vielleicht dreht er jetzt wieder um. Wäre nicht so schlecht. Wäre nicht so schlecht. Wäre nicht so schlecht. Wäre nicht so schlecht. Und jetzt Rückwärtsgang. Rückwärtsgang im Boot wäre geil, wenn man das sehen könnte. Wie weit das in den Rückwärtsgang geht. Wie schnell. Also genauso wie Vorwärtsgang. So, komm schon, Alter. Schön ran hier. Wow, wow, wow. Was war das? Da ist er. Da ist er schon zu sehen. Das ist der Schatten da unten. Da ist er schon. Da ist er schon, der Mistfink, Alter. Das Einkurbelgeräusch, finde ich, ist ein wenig irritierend. Denn vom Sound her kurbelt er anscheinend relativ schnell. Effektiv, wie viel Schnur jetzt reingekurbelt wird, sieht man ja unten an diesem kleinen gelben Balken unten rechts. Das ist nicht wirklich viel. Also es sieht so aus hier, Meter, noch ein Meter, noch ein Meter. Das ist tatsächlich nicht so. Und hart in die Route. Komm, schön die Kilokraft, die Bremse, oder die Bremse der Route mitnehmen. Die Power. Habt ihr auch immer so verkrampft, so eine verkrampfte Hand? Ich meine, man drückt hier nur zwei Knöpfe runter und die Maus kann gar nichts dafür. Aber lang macht die das nicht mehr mit. Ich warte schon auf meine nächsten Sehnscheinentzündung, ja. Alter, schon wieder so ein fucking Leck. Uh, aufpassen, ey. So, jetzt fahre ich mal ein bisschen mehr zu ihm hin. Einfach mal näher ran, aggressiv. Da unten ist er, da unten ist er, da unten ist er. Da unten ist er. Da unten ist er. Steht da einfach und macht nichts. Alter, mit dem ganzen Körper dagegen lehnen. Komm raus. Du, genau. Ich wollte jemanden. Ist das anstrengend. Ist das anstrengend. Ist das anstrengend. Gibt's eine stärkere Rolle? Ich glaube, es gibt gerade eine Rolle mit ein bisschen mehr Schnur drauf. Aber ich glaube, Tragfähigkeit gleich. Die wurde jetzt frisch mit reingebracht. Die Rolle, oder relativ neu ist die. Ähm, kostet allerdings dann auch direkt irgendwie 8000. Und die, die ich jetzt hier habe, kostet 3000 oder sowas. Also 8000 ist schon krass. Ist schon echt krass viel. Das Schlimme ist, er macht ja nicht mal was, ne? Der Fisch. Der macht ja nicht mal was. Er hängt einfach nur da unten. Da unten ist er ja, der Stör. Er hängt da und macht nichts. Das ist das. Ich meine, vielleicht kriege ich ihn ja schon ein Stückchen hoch hier. Das wäre ja nicht schlecht, ey. Höchst. Jawoll. Kraftakt. Alter. Full Pull. Komm raus, du Sau. Alter. So. Ungefähr so. Und wenn du sowas machst, dann, ohpala. Oh, wow, 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 wow. Was war das jetzt, ey? Leck wieder. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Irgendwie unter mir. Irgendwie ist er unter mir wieder. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Da ist er. Der hält einfach nur dagegen. So, diesmal ein bisschen mehr Abstand zum Boot. Bevor es hoch geht. Nicht wie beim letzten Mal 20 Minuten drüber herfahren. Sondern mehr Abstand zum Boot. Ich fahre ein bisschen mehr im Rückwärtsgang jetzt. Come on, come on, come on. Wieder mehr Rückwärtsgang. Nicht zu doll. Komm, come, 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 come. Wuhuuh. Wuhuuh. Schön mit dem Boot hier rumhantieren. Und hochziehen. Komm schon, Alter. So, jetzt noch mal ein bisschen zurück und Anker. noch mal ein bisschen Stabilität reinzukriegen. Und ich glaube, er kommt so langsam ran hier. Er ist aber noch nicht so richtig oben. Und irgendwie wird er die ganze Zeit unters Boot gezogen. Ja, er wird die ganze Zeit unters Boot gezogen quasi. Auf meine Position, wo ich bin. Anker hoch. Okay, dann machen wir das wie gestern. Dann machen wir das wie gestern. Und da kommt er. Und es klappt so wie gestern. Yes. Nicht so groß wie gestern. Schade. Auch nur maßiger Fisch. Uff. GG. Ah, schönes Ding trotzdem. 1326 XP plus 50%. 50% raus. Drauf durch Premium. 1.900. Und da ist schon der Nächste. Wow. Und es ist direkt der Nächste. Oh mein Gott. Wie alles direkt im roten Bereich eskaliert. Will ich das wirklich? Will ich das wirklich? No. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krasses Pferd. Ich hab noch nichts gesehen. Der ist immer noch ziemlich tief unten. Noch kein Schimmer oder sowas. Oh mein Gott. Komm schon raus hier jetzt. Ich mein ich hab den ja jetzt echt die ganze Zeit ziemlich locker gedrillt. Also schon zwar immer am Limit der Bremse. Aber ich hab jetzt hier nicht wild rumgepumpt oder so. Einfach mal gucken. Ob der jetzt auch nach einer halben Stunde einfach rauskommt sozusagen. Das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Wenn er hier so im Freien ist. Wenn man ihn einfach hochpumpt. Dann kann man schön drum herum fahren. Hat selbst genug Platz zum Rangieren und so. Das ist schon okay. Ziii. 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 Tzii. Komm schon, der ist ran hier. Der ist noch zu hoch. Der ist also noch nicht hoch genug. Der kommt noch nicht weit genug raus. Das heißt, der keschert den dann noch nicht. Na? Du komm, Alter. Du komm doch. Nix da, ha, ha. Und der kommt da. F*** dich doch hart, Alter. Ah. Kaputt. Wieder nur 54 Kilo. Ah. Guck mal hier, nur 93. Die Trophy war so nur 93 Silber. Ich angel doch nicht mehr auf Störall. Musik Bis zum nächsten Mal.